Yo Leute, MO, ich hoffe euch allen geht's gut. Ich muss mich schon wieder bei euch allen bedanken. Ihr rasiert gerade komplett, euer Support ist zu krass. Wir sind iTunes Hip-Hop Charts, aktuell auf der 3. Und vielen Dank, macht so weiter, Alter. Ihr seid die Besten, Alter. So kann uns nichts stoppen und dementsprechend habe ich mir auch direkt was einfallen lassen. Also für alle, die sich das Album geholt haben, egal ob iTunes oder im Laden, ihr habt die Möglichkeit bis zum kommenden Donnerstag ein Foto davon zu posten unter diesem Post. Und ich werde mir beliebig drei Leute raussuchen, die nochmal die Möglichkeit haben, die Box geschenkt zu bekommen. Und ja, ich glaube, es ist eine interessante Sache für alle, die nicht mehr an die Box gekommen sind und keinen Grindr bekommen haben und so. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann Freude dran. Und für alle, die die Box sich direkt geholt hatten, schon im Vorverkauf und die es so krass supportet hatten, für euch habe ich auch was. Wir haben gerade in Produktion bekommen, weil die Jacke, die erste Mosh College Jacke, das ist schon das M36 Logo von Offen. Ganz fettes M-Logo. Und das ist ein Unikat, was ich gerade bekommen habe. Das ist die erste Ausstellungstück und das habe ich signiert. Und die möchte ich jemanden, der sich die Box geholt hat. Also postet bitte genauso, wie die Leute, die sich die CD geholt haben. Oder das ist bei iTunes auch euer Foto von der Box unter diesem Post. Und ich werde mir dann eine Person aussuchen, die dann halt die Jacke geschenkt bekommt. Und wenn es eine Frau sein sollte, werde ich zu der Jacke, weil ich nicht glaube, dass ihr eine College Jacke tragen werdet. Da die Größe L oder XL ist, glaube ich, wenn ich es falsch sagen, ich glaube, die ist L oder XL. Ich glaube nicht, dass ihr die tragen werdet. Da mache ich halt noch ein Mädchenshirt mit dabei, was ich signieren werde. Und ja, das dazu, ihr werdet halt die Leute, die ich mir aussuchen, beschenken werde, ihr werdet auch noch jeweils ein Ticket für die Unikat-Tour, die kommende, für euch bekommen. Und für einen Freund, den ihr mitnehmen könnt. Ja, das ist das, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt Spaß dann an den Sachen. Vielen Dank für euren Support. Macht so weiter. Du kannst nichts stoppen. Unikat-Stick-Lick. Okay, boah.